das wurde plötzlich zu einem sehr psychologischen gespräch es ging um würmer und dann hieß es plötzlich liebe dich selbst ganz normale spräche ok hier sicherlich immer noch zu oh mein gottes wurm die steuerung ist ja schon horror oh Also das Spiel wurde in Englisch programmiert, also erstellt. Jetzt kannst du hier eine Sprache auswählen. Guckt euch schon mal die Übersetzung von Controls und Keybind an, okay? Oder Sound. Back. Der Rücken. Ich denke nicht, dass er dem Schaf jetzt hier hinterher ist. So. Er lacht. Kann doch nicht lachen. Yes. Nummer 1 geschafft. Boah, hat sie einfach gegen mich gebumst. Okay, das war einfacher als gedacht. Tschüss, Piraten. Musik. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war ganz schön schwer. Er ist bei mir. 360! Hat er nicht kommen sehen und ich habe das nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, irgendjemand jagt mich glaube ich. Ah, Kage hier ist Obi. Uba steht vor mir. Ja. 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 Ach komm, viel kann hier nicht mehr fehlen. Äh. Hilfe. Hilfe. Äh. Was war hier drüben? Oh, guckt mal! Ich kann cheaten! Wallhack! Kurz ducken. Nee, bringt nichts. Ich kann nicht mal mehr aufstehen! Was ist hier los? Was dauert denn da schon wieder so lange? Ich weiß auch nicht. Du bist da drin. ja gut macht ja jetzt keinen sinn mehr oder wir kamen sie angeswurscht oh nice dass sie dort abgehuckt hat dann hat er uns jetzt in Ruhe gelassen ich glaube, er hat uns nicht in Ruhe gelassen wow, ich war gerade die ganze Mission gemutet und niemand von euch sagt was ich rede und rede und rede nice wir sind nur müde bist du sicher? ich frage mich, wie das passiert ist sind die einfach ineinander gerannt? oder was war das? die erledigen wir wasser auf den Boden oh, ich habe keinen Bock mehr bist du jetzt eingeklemmt? kommt davon oh Gott Moment, was bist du? ja, wenn du mir einen Weg läufst wasco wasco oh, Junge wasco es ist unglaublich ja mal aus dem Weg, Junge oh, der regt mich so auf, der Junge wasco 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 Ich mach erstmal alle Fallen scharf. Ich mein, das Problem ist dann, dass die natürlich dann davon ausgehen, dass hier jemand ist. Und sie anfangen zu suchen. Aber ein bisschen Action schadet ja nicht. Ich kenn's ja nicht anders. Als ob ich hier irgendwie durchsneaken könnte. Oh, ist der VIP in die Falle gelatscht? Ja, easy. Folge dem Fahrzeug. Emma Child hat gerade eine gesicherte Optikverbindung zum Innenminister aufgebaut. Wenn du unseren Namen wirklich reinwaschen willst, was die Anschläge angeht, ist das vielleicht die Chance, Beweise zu sammeln. Nähere dich dem Auto, dann hacke ich mich rein. Ich schalte dich in Emma Childs Kommunikation. Fahr einfach normal weiter. Ja, das Problem ist gerade gesucht. Kilo Alpha, Kilo 711. Code und Stimmerkennung bestätigt. Sie sind in einer sicheren Leitung zum Innenministerium, Director. Moment, Herr Minister. Es gibt eine Kommunikationsanomalie. Vermutlich nichts, aber wechseln wir besser den Kanal. Wie nervig. Bleib in der Nähe. Ich versuche, sie wieder zu kriegen. Wir weisen weitere Ressourcen der DedSec-Akte zu. Mr. Secretary. Ich wollte das direkt besprechen, da es gerade diesen Vorfall mit ihrer Kontaktperson beim Geheimdienst gab. Oh. Oh Gott. Sie glauben, das war DedSec? Ich dachte, das hätten wir einem Problemkind zugeschrieben, diesem, ähm, Malik, nicht wahr? Ja, das ist der heikle Punkt, Mr. Secretary. Es gibt neue Beweise, dass Malik für DedSec arbeiten könnte. Heilige Scheiße, Emma. Das ist eine Katastrophe. Es ist unter Kontrolle. Oh, shit. Tut mir leid, Tom. Wir müssen wieder die Kanäle wechseln. Einen Moment. Oh, anscheinend geht diese Verschwörung bis ganz nach oben. Oder zumindest fast. Bleib in der Nähe. Wir haben es gleich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass das so gewollt war in der Mission, aber es funktioniert. Also, ich meine, die suchen mich auch nicht mehr. Ich bin richtig schnell geflohen von der Polizei. Noch eine zweite Phase. Das ist so typisch Bossfight. Bringen wir es hinter uns. Eine Woche. Fuck. Ich möchte nicht mehr. Danke, Julia. Schanuzze. Bringen wir es zu Ende. Ich führe London wieder zu wahrer Größe. Krasse zweite Phase. Ich distanziere mich von all diesen Aussagen, die Bagley in diesem Spiel trifft. Okay? Was für ein... Ich hatte eine Liste mit Zielen, die jetzt niemals erreicht werden. Hä? Warte, der Letztes? Schick uns deine Pläne und wir setzen sie um. Versprochen. Komm, mach dich nicht lächerlich. Ihr wisst nicht mal, wie ihr an... Was war das denn? Hier war auch schon längere Zeit. Nichts mehr. Ja. Ja. Entschuldigung, ziehen Sie sich bitte mal was an. Oh, ich dachte... Ich dachte, der ist nach hinten gerannt. Moment. Das muss ich mir in der Wiederholung nochmal angucken. Ich dachte, der ist hier hinter gerannt. Eventuell bin ich ein bisschen erschrocken. Oops. Bis zum nächsten Mal.